Herzlich willkommen zu Rechnerstrukturen TV. Wir befinden uns weiterhin im Teil 2 des Kurses Rechnerstrukturen. Derzeit besprechen wir auch weiterhin die Befehlsschnittstelle. Dieses ist insgesamt die fünfte Vorlesung zu diesem Thema Befehlsschnittstelle. Derzeit besprechen wir weiterhin die allgemeine Sicht der Befehlsschnittstelle. Wir hatten gesehen, zu einer allgemeinen Sicht der Befehlsschnittstelle gehören insbesondere drei Dinge, nämlich die Befehlssätze selbst, das Speichermodell und die Unterbrechungen. Mithilfe der Unterbrechungen sind wir in der Lage, Ausnahmesituationen zu behandeln. Dieses wird das Thema des heutigen ersten Videos zur fünften Vorlesung sein. Das Thema Unterbrechungen kann man einführen, indem man verweist auf ein Zitat des Lehrbuchs von Behring zum Bereich Rechnerstrukturen. Behring schreibt in seinem Buch, während der normalen Bearbeitung eines Programms kann es zur Ausnahmesituationen, Englisch-Exceptions kommen, die vom Prozessor aus eine vorübergehende Unterbrechung oder aber einen endgültigen Abbruch des Programms verlangen. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, gewisse Fehlersituationen zu behandeln. Welche Fehlersituationen kann es geben? Nun, dafür gibt es eine ganze Menge von Beispielen. Beispielsweise könnte es sein, dass wir arithmetische Situationen haben, die wir als Fehler betrachten müssen. Beispielsweise eine Division durch Null oder auch ein Verlassen des darstellbaren Zahlenbereichs. Sofern die Ausnahmebehandlung, die Overflow-Behandlung dort eingeschaltet ist, würden wir auch in diesem Fall einen Fehler signalisieren wollen. Es kann auch passieren, dass wir eine ungültige Adresse zu verarbeiten haben. Beispielsweise könnte der Inhalt eines Programmzählers nicht durch 4 teilbar sein, weil wir vielleicht einen falschen Wert mithilfe eines Jump Register Befehls geladen haben. Fortgeschrittene Architekturen haben darüber hinaus in der Regel die Möglichkeit, bestimmte Teile des Speichers gegen Schreiben zum Beispiel zu schützen. Und es könnte sein, dass hier ein Versuch besteht, in diesen geschützten Bereich hinein zu schreiben. Auch dann hätten wir eine solche Fehlersituation. Solche Fehlersituationen müssen wir behandeln. Ich möchte als erstes zeigen, wie man solche Fehlersituationen im Fall der MIPS-Maschine behandeln kann oder wie sie dort behandelt wird. Im Fall der MIPS-Maschine stellen wir uns hier vor, als Beispiel, dass wir eine arithmetische Ausnahme haben. Es sei dieses hier zum Beispiel ein Additionsbefehl, bei dem wir zu große Zahlenwerte versuchen zu addieren. Wir müssen hier das Beispiel eines Additionsbefehls nehmen, statt vielleicht des näher liegenden Beispiels einer Division durch 0. Denn sowohl der MAAS- wie auch der SPIM-Simulator prüfen softwaremäßig vor Ausführung eines solchen Divisionsbefehls, ob auf 0 dividiert wird, sodass die normale Fehlerbehandlung dann hier nicht stattfinden würde. Also wir stellen uns vor, wir hätten hier eine Ausnahmesituation bei Ausführung eines solchen Additionsbefehls. Dann wird die MIPS-Maschine so vorgehen, dass sie zunächst einmal die Rückkehradresse auf dem Stapel rettet, unter Benutzung des aktuellen Werts im Stapelzeigerregister 29. Man würde dann als nächstes anspringen, eine bestimmte definierte Speicherzelle, ab der die Fehlerbehandlung nebst dem Retten und Rückschreiben der Register abgespeichert ist. Wir würden an dieser Stelle zunächst einmal den Code für das Retten der Register ausführen. Das würde dazu führen, dass dann die Register, die wir benötigen für diese Fehlerbehandlung, auf dem Stapel gesichert sind. Dementsprechend wäre der Stapelzeiger dann angepasst. Wir würden in der Fehlerbehandlung, in der Unterbrechungsroutine dann die eigentliche Fehlerbehandlung ausführen. Wir würden also zum Beispiel eine Meldung auf dem Terminal erzeugen, würden dann als nächstes die geretteten Register zurückschreiben, wodurch dann auch der Stapelzeiger angepasst werden würde. Und als nächstes würden wir einen Return from Interrupt Befehl ausführen, der über das Register 29 die Rückkehradresse bestimmt und der dann dazu führt, dass wir insgesamt dann hinter dem fehlerhaften Befehl dann mit der Ausführung fortfahren. Dieses wäre der Ablauf innerhalb einer MIPS-Maschine. Wenn wir uns diesen Ablauf genau ansehen, dann können wir feststellen, dass es an dieser Stelle potenzielle Schwierigkeiten geben kann. Diese potenziellen Schwierigkeiten können daraus entstehen, dass wir bei der MIPS-Maschine nur einen einzigen Stapelzeiger haben, demzufolge auch nur einen einzigen Stapel. Jeder normale Benutzer ist in der Lage, das Register 29 so zu setzen, wie er möchte. Das bedeutet, dass insbesondere dieser Stapelzeiger, der Stackpointer, ungültig gesetzt sein könnte. Und das könnte dazu führen, dass eine solche Ausnahme dann im Endeffekt dazu führt, dass dann ein Speicherbereich überschrieben wird, der vielleicht gar nicht überschrieben werden sollte. Also beispielsweise könnte der Benutzer dort eine Adresse hinterlegen, die zu dem Betriebssystem selber gehört. Man könnte auf diese Art und Weise dann dafür sorgen, dass eine solche Ausnahmebehandlung dann Speicherzellen im Betriebssystemsbereich des Speichers überschreibt, was sicherlich nicht sehr angenehm ist. Um jetzt diese Schwierigkeiten an der Stelle zu vermeiden, ist es so, dass die entsprechende Fehlerbehandlung, SPIM-Trap-Händler genannt, bei dem SPIM-System dann nicht die Register über den Stapel rettet, sondern dieser Register in festen Speicherzellen rettet, sodass genau dieses Problem eines möglicherweise ungültigen Registers 29 an der Stelle vermieden wird. Andere Architekturen versuchen dieses Problem zu vermeiden, indem sie separate Stapel und separate Stapelzeiger für Systeminterrupts haben. So haben wir das beispielsweise auch schon bei dem Motorola 68000er System gesehen, wo es insgesamt drei Stapelzeiger gab. So, nachdem ich Ihnen einmal gezeigt habe, wie der Ablauf hier bei dem MIPS-System ist, möchte ich Ihnen dann einmal ganz konkret zeigen, was der Simulator an dieser Stelle macht. Der Simulator simuliert in der Standardeinstellung nicht unbedingt alle Details einer echten Architektur, sondern manche Dinge werden dort in Software abgefangen, die normalerweise komplexere Operationen in der Hardware erzeugen würden. Das sehen wir auch an dem kleinen Beispiel, was ich hier demonstrieren möchte. Wir nehmen hier ein kleines Assembler-Programm. Dieses ist ein Assembler-Programm, bei dem wir in die Register 2 und 3 den für Integer-Zahlen größten möglichen Zahlenwert hineinladen. Wenn wir diese beiden Zahlen addieren, würden wir mit Sicherheit den gültigen Zahlenbereich verlassen. Wir müssten also an der Stelle dann eine Fehlermeldung bekommen. Das möchte ich gleich einmal demonstrieren. Wir werden aber sehen, dass an dieser Stelle nicht alle Details bezüglich der Veränderung des Registers 29 usw. zu sehen sein werden, weil das hier an dieser Stelle dann softwaremäßig abgefangen wird. Ich übersetze dazu zunächst einmal das Programm in das binäre Format. Dann können wir anschließend die einzelnen Befehle ausführen. Wir würden hier den zweiten Load Immediate Befehl dann ausführen und hätten hier jetzt die Situation vor der Ausführung des Additionsbefehls. Wenn wir jetzt tatsächlich diesen Additionsbefehl ausführen, dann werden wir hier unten eine Meldung bekommen. Step Execution Terminated with Errors. Wir sehen also hier nicht alle Details hinsichtlich der Veränderung des Registers 29, sondern wir sehen hier, dass der Simulator an dieser Stelle es sich etwas einfacher macht und hier dann einfach direkt praktisch in Java geschrieben diese entsprechende Fehlermeldung ausgibt, statt hier entsprechende Maschinenbefehle zu simulieren, die ebenfalls zur Ausgabe führen würden. Wir können hier gleich sehen, auf der rechten Seite, dass es neben den normalen Registern, die wir bisher gesehen haben, es zusätzlich sogenannte Co-Prozessor-Register gibt. Wir haben hier Co-Prozessor-Register im Co-Prozessor 0. Der Co-Prozessor 0 hat hier insgesamt vier Register und wir werden dann später in einem späteren Video noch sehen, welche Bedeutung diese vier Register haben. Diese vier Register erlauben es uns herauszufinden, welche Art von Ausnahme wir hier im konkreten Fall gehabt haben. So, nach diesem Verweis auf unseren Simulator möchte ich dann als nächstes hier mit diesen Folien fortfahren. Wenn wir uns die eben gezeigte Ausnahmebehandlung ansehen, dann stellen wir fest, dass bezüglich der Verwendung des Stapels bei der MIPS-Maschine es ja fast so aussieht, als würden wir dort einen Prozeduraufruf haben. Genau wie beim Prozeduraufruf werden hier Rückkehradressen auf dem Stapel gerettet und es werden auch Register auf dem Stapel gerettet und wieder zurückgeschrieben. Die Analogie besteht in der Tat. Wir können sagen, dass dieser hardwaremäßig erzeugte Aufruf der Ausnahmebehandlung praktisch entspricht einem Ausführen eines Jump-and-Link-Befehls. Wobei wir hier natürlich jetzt etwas Schwierigkeiten haben, herauszufinden, was ist hier eigentlich die Zieladresse unseres Sprungs. Beim Jump-and-Link-Befehl ist die Zieladresse ja in dem Befehl vorhanden. Hier muss sich die Zieladresse aus der Unterbrechungsursache bestimmen. Dabei gibt es generell bei Architekturen zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine wäre ein sogenannter Vector Interrupt. In diesem Fall würde aus der Ursache heraus direkt gleich eine bestimmte Zieladresse gebildet werden, sodass bereits der erste auszuführende Befehl sich mit der Fehlerbehandlung für eine bestimmte Unterbrechungsursache beschäftigen kann. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir also keinen Vector Interrupt haben, dann muss man die Ursache mit Abfragen von bestimmten Statusregistern dann erstmal bestimmen. Genau das haben wir im Fall der MIPS-Maschine zu tun. Bei der MIPS-Maschine werden alle diese Ausnahmen dann dazu führen, dass wir ab einer ganz bestimmten Adresse mit dieser Ausnahmebehandlung beginnen. Und wir müssen dann diese Co-Prozessor-Register zunächst einmal lesen, um herauszufinden, welche Form von Ausnahme im Moment zu behandeln ist. Analog zu dem Prozeduraufruf müssen wir auch Rückkehradressen retten. Wir können hier ja nicht einfach ein Register überschreiben. Das würde ja für den Assembler-Programmierer erhebliche Schwierigkeiten bedeuten. Hier wird die Rückkehradresse sofort auf dem Stapel gespeichert, was im Prinzip eine recht gute Idee ist. Früher war es so bei alten Maschinen, dass man diese Rückkehradressen in festen Speicherzellen abgespeichert hat. Damit war es dann nicht möglich, rekursive, teilweise auch nicht verschachtelte Behandlungen von solchen Ausnahmen durchzuführen. Bei der MIPS-Maschine ist dieses Speichern auf dem Stapel an der Stelle sehr hilfreich, um potenziell verschachtelte und rekursive Unterbrechungsbehandlungen dann durchzuführen. Wobei dennoch rekursive Unterbrechungsbehandlungen aus Gründen der schwierigeren Logik des Schreibens der Routinen dann häufig nicht zugelassen werden. Es könnte jetzt, anders als beim Jump-in-Link-Befehl, aber dazu kommen, dass mehrere Ausnahmen gleichzeitig vorliegen. Es könnte zum Beispiel dazu kommen, dass einerseits der ausgeführte Code gerade eine ungültige Adresse erzeugt hat, dass zum anderen aber zum Beispiel von der Peripherie her ein Übertragungswunsch vorliegt oder dass vielleicht sogar ein nahe bevorstehender Stromausfall gemeldet wird. Das bedeutet, es kann zu einem Zeitpunkt passieren, dass mehrere Unterbrechungsursachen vorliegen. Dann wird man eine Priorität bezüglich dieser Unterbrechungsursachen festlegen und dann die Abarbeitung gemäß dieser Prioritätsreihenfolge dann ausführen. Weiterhin ist es so, dass teilweise Code-Segmente existieren, in denen wir diese Interrupts nicht zulassen möchten. Beispielsweise könnte es passieren, dass man in diesen Interrupts, in dieser Ausnahmebehandlung, auf gemeinsame Speicherbereiche zugreift und man möchte vielleicht verhindern, dass diese Interrupt-Routinen dann auf gemeinsame Speicherbereiche zugreifen. Das kann man dadurch machen, dass man dann die entsprechenden Interrupts aussperrt, dass man also vorübergehend ausschließen kann, dass solche Interrupts dann bearbeitet werden. Solche Sequenzen sollten aber immer nur sehr kurz sein. Bezüglich der Rückkehradressen können wir die Analogie zu den Prozeduraufrufen auch weiter ausführen, indem wir sagen, dass praktisch dem Jump Register 31 Befehl hier bei der Ausnahmebehandlung der Return from Interrupt Befehl entspricht. Und wir sehen hier, dass die Rückkehradresse dem Stack direkt entnommen wird, statt dass wir wie bei normalen Prozeduren zunächst einmal die Werte aus dem Stapel in das Register 31 schreiben müssen und dann das Register 31 in den Programmzähler zu kopieren. Das ist hier aus Programmierersicht etwas einfacher. Ich habe jetzt insgesamt sehr unterschiedliche Gründe für das Entstehen von solchen Ausnahmesituationen angeführt und wir müssen im Folgenden ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedenen Gründen, aus denen es zu solchen Ausnahmen kommen kann. Diese Gründe wollen wir in Klassen einteilen und wir wollen dabei zunächst einmal unterscheiden zwischen sogenannten Synchronen und Asynchronen Unterbrechungen. Einmal kann es sein, dass Ausnahmesituationen durch das aktuell ausgeführte Programm herbeigeführt werden. Zum Beispiel könnte es sein, dass wir einen Arithmetiküberlauf haben. Das wäre sicherlich ein Grund, der durch das aktuell ausgeführte Programm entsteht. Zum anderen könnte es aber auch sein, dass solche Ausnahmesituationen komplett ohne Bezug zu dem aktuell ausgeführten Programm stehen. Beispielsweise externe Systemkomponenten könnten eine Ausnahmebehandlung signalisieren. Es könnte ein bestimmtes, ein Ausgabegerät beispielsweise einen Übertragungswunsch äußern und ein solcher Wunsch hätte dann zunächst einmal nichts mit dem aktuell ausgeführten Programm zu tun. Solche Formen von Unterbrechungen nennen wir asynchrone Unterbrechungen. Ein anderes Beispiel in diesem Kontext wäre ein Netzausfall. Hier vielleicht etwas erklärungsbedürftig. Man kann sich fragen, wieso kann man überhaupt auf einen Netzausfall reagieren. Sofern das Netz ausfällt, haben wir üblicherweise eine Situation, bei der zunächst einmal die Spannung unter eine bestimmte Schwelle sinkt, aber generell für eine kurze Zeit noch etwas Energie zur Verfügung steht. Wenn die Spannung unter eine bestimmte Grenze fällt, dann wird man einen solchen Interrupt, eine solche Ausnahmebehandlung versuchen zu starten und dann hat man einige Millisekunden Zeit, auf einen wahrscheinlich bevorstehenden Netzausfall zu reagieren. Man kann sich fragen, was man im Fall eines Netzausfalls noch tun kann. Man könnte beispielsweise überhaupt einmal protokollieren, es hat einen Netzausfall gegeben. Man könnte vielleicht auch Register sichern. In manchen Architekturen wäre es auch möglich, alle flüchtigen Speicherinhalte in nichtflüchtige Speicher zu retten, sodass man dann genau an derselben Stelle mit der Berechnung dann auch fortfahren kann. Das wären alles mögliche Aktionen im Fall eines bevorstehenden Netzausfalls. Hinsichtlich der Klassifikation von verschiedenen Unterbrechungsursachen können wir weiter auch unterteilen zwischen solchen Fällen, in denen wir am Ende der Bearbeitung des laufenden Befehls diese Ausnahmebehandlung starten oder wir könnten dieses auch bereits während des laufenden Befehls tun. Es gibt einige Fälle, in denen ein Abbruch schon im laufenden Befehl notwendig ist. Beispielsweise, wenn es eine Verletzung des Speicherschutzes gibt oder wenn wir einen illegalen Befehl ausführen, dann ist sicherlich sofort der laufende Befehl abzubrechen. Illegale Befehle kann es beispielsweise in der Form geben, dass nicht alle möglichen Operationscodes für eine bestimmte Maschine tatsächlich dann sinnvolle Operationen erzeugen. Manche Befehle können für zukünftige Erweiterungen reserviert sein und wenn ein solcher illegaler Befehl ausgeführt wird, dann wird zunächst einmal hier eine Ausnahmebehandlung gestartet. Im Unterschied zu diesem ersten Fall kann es in anderen Fällen dazu kommen, dass wir bis zum Ende der Bearbeitung des laufenden Befehls warten. Das ist insbesondere fast immer der Fall, wenn wir asynchrone Unterbrechungen haben. Wenn unsere Ein-Ausgabegeräte einen Übertragungswunsch haben, dann können wir die Bearbeitung eines solchen Wunsches in der Regel zurückstellen, bis der laufende Befehl abgeschlossen ist. Ausnahmen davon gibt es eigentlich nur ganz selten. Sollten wir extrem zeitaufwendige Befehle in unserem Befehlssatz haben, dann ist es möglicherweise dann sinnvoll, tatsächlich eine solche Ausnahmebehandlung auch dann bereit zu starten, wenn der Befehl noch nicht abgeschlossen ist. Ein typisches Beispiel wäre eine Maschine, die einen Befehl hat zum Kopieren von ganzen Speicherblöcken. Andererseits ist es dann natürlich auch in einem solchen Fall besonders leicht, diesen Befehl weiterhin auszuführen. Wir müssen uns einfach nur merken, wie weit die Speicherblöcke bislang kopiert worden sind. Im Kontext der Unterscheidung zwischen verschiedenen Klassen von Ausnahmebehandlungen können wir weiterhin unterscheiden zwischen Fällen, in denen wir endgültig abbrechen und Fällen, in denen wir nach der Ausnahmebehandlung dann fortfahren müssen. Wir sehen hier beide Fälle auf dieser Folie angegeben. In manchen Fällen wird man endgültig abbrechen müssen. Wenn wir beispielsweise eine Speicherschutzverletzung haben, dann werden wir an der Stelle endgültig abbrechen müssen. Wir wollen ja nicht diese Speicherschutzverletzung dann tatsächlich Wirklichkeit werden lassen. Ebenso ist es bei einem illegalen Befehl. Wenn wir dort einmal abgebrochen haben, dann werden wir dort auch nicht weiter fortfahren wollen. In anderen Fällen müssen wir fortfahren, wenn es sich beispielsweise um einen sogenannten Seitenfehler handelt. Das heißt, eine Situation, in der signalisiert wird, dass sich bestimmte Information nur auf einem Hintergrundspeicher befindet und zunächst einmal in den Hauptspeicher geladen werden muss. Dann wäre es so, dass wir nach dem Erkennen einer solchen Situation dann zunächst einmal wirklich typischerweise durch das Betriebssystem die Information in den Hauptspeicher einlagern. Und erst wenn dieses passiert ist, würden wir dann mit der Ausführung des Befehls fortfahren. Eine Übersicht über verschiedene Unterbrechungen sehen Sie hier auf dieser Folie. Und hier ist auch gleich mit angegeben, ob dieses jeweils eine synchrone oder eine asynchrone Unterbrechung ist und auch, ob wir eine Unterbrechung im Befehl ausführen wollen. Zunächst einmal, wenn wir eine Unterbrechung durch ein Ein-Ausgabegerät haben, dann ist dieses keine synchrone Unterbrechung und wir werden an dieser Stelle nicht im laufenden Befehl unterbrechen. Wenn wir einen Betriebssystemsaufruf haben, das bedeutet an der Stelle, dass wir einen bestimmten Operationscode verwenden wollen, den wir als Betriebssystemsaufruf interpretieren, dann ist dieses eine synchrone Unterbrechung und wir brauchen an der Stelle aber nicht in dem Befehl dann die Unterbrechungsbehandlung aufzurufen, sondern können praktisch die Ausführung des aktuellen Befehls dann zu Ende abwarten. Es gibt weiter sogenannte Trace-Befehle. Dieses sind spezielle Opcodes, die wir in das Textsegment hineinschreiben können, um dann an der Stelle mit der Ausführung anzuhalten. Und um dann die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel uns die Inhalte von Register- oder Speicherzellen anzusehen. In diesem Fall handelt es sich, ähnlich wie beim Betriebssystemsaufruf, um einen Synchronenaufruf. Und auch hier brauche ich nicht in dem laufenden Befehl die Unterbrechungsbehandlung zu starten. Dann gibt es weiter Überläufe, das heißt ein Verlassen des Zahlenbereichs. Auch hier haben wir eine synchrone Unterbrechung. Allerdings würden wir hier typischerweise im laufenden Befehl unterbrechen. Wir hätten damit potenziell die Möglichkeit, dann softwaremäßig spezielle Rückgabewerte dann in das Zielregister hineinzuschreiben, zum Beispiel spezielle Zahlenwerte hineinzuschreiben oder dann auch spezielle Codes, die wir als nicht gültige Zahlen interpretieren können. Es gibt darüber hinaus Timer. Timer können wir setzen. Sie würden wir nicht als synchrone Unterbrechungsursachen interpretieren, würden auch hier nicht im laufenden Befehl abbrechen. Seitenfehler hatte ich gerade eben schon angesprochen. Das heißt, wir möchten auf eine Speicherseite zugreifen, deren Inhalte sich derzeit gerade auf einem Hintergrundspeicher befinden. Dieses ist definitiv eine synchrone Unterbrechungsursache und wir würden hier definitiv im laufenden Befehl abbrechen wollen und wir würden dann auch nach dem Einlagern der Seite in den Hauptspeicher dann diesen Befehl weiter ausführen wollen. Es gibt darüber hinaus Schutzverletzungen. Dieses wären wiederum synchrone Unterbrechungsursachen und wir wollten hier dann an der Stelle auch im laufenden Befehl unterbrechen, damit die Schutzverletzung nicht erst der Wirklichkeit wird. Wir haben weiter gesehen, es gibt unimplementierte Befehle. Dieses sind wiederum synchrone Unterbrechungsursachen. Hier wollen wir auch im laufenden Befehl unterbrechen und es gibt darüber hinaus Hardwarefehler. Die können sowohl synchron wie auch asynchron sein. Hier würden wir insbesondere bei synchronen Hardwarefehlern definitiv im laufenden Befehl unterbrechen wollen. Bei asynchronen Hardwarefehlern vielleicht dann nicht. Im Fall eines Netzausfalls handelt es sich üblicherweise ja nicht um eine synchrone Unterbrechungsursache und in der Regel haben wir so viel Zeit, dass wir nicht im laufenden Befehl unterbrechen müssten. Eine Ausnahme wäre vielleicht auch hier ein sehr langer ausführender Befehl, wie beispielsweise ein solcher Block Move Befehl. Mit dieser Übersicht möchte ich das erste Video zur fünften Vorlesung abschließen. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Seien Sie dem Kanal Rechnerstruktur TV weiterhin gewogen. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal.